Musik Ein wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX Trade vor. Heute ein Tickchen später. Wir holen die Linien raus und platzieren direkt hier eine C-Box auf das Hoch. 12.317 geben wir Long und 12.302 geben wir Short und die Order ist jetzt platziert. 0.1.0.1 und P bedeutet hier, dass wir dann mit 0.05 rausgehen. Revue von gestern, der Trade, den wir aufgelöst haben und wir sehen, ich habe ihn zu früh aufgelöst. Das ist dann wiederum Strategie, Umsetzung etc. Ich werde es jetzt so behalten, dass ich hier oben ja mein maximales Risiko eingestellt habe. 1,5% und das bedeutet jetzt, weil ich immer gefragt werde, wann schließen wir den Trade, muss der denn im vierten Trade nach oben laufen oder wie auch immer. Wir werden das jetzt so machen, dass der vierte Trade so lange drin bleibt, bis mein Risiko von 1,5% erreicht ist. Damit wären wir gestern auch hier in dem vierten Trade in den Gewinn gelaufen und einfach ganz einfache Regel brauchen wir auch nicht mehr nächstes Mal zu gucken, ob er explodiert. Wir haben das Risiko maximal 1,5%. Wenn das erreicht ist, tschüss, auf Wiedersehen. Dann schließt die Software automatisch den Trade und das war es. Das heißt, von der Psychologie her auch relativ einfach. Vierter Trade kommt dann nach oben, bricht aus und wenn er nicht ausbricht, fliegen wir bei 1,5% raus. Das ist ein bisschen mehr als gestern. Wir haben den Trade gestern bei 1,17, 1,18 geschlossen. Ja, das nun mal zur Info. So, wir haben jetzt den ersten Trade. Wir sind short bei dem Niveau bei 13.200,2 im ersten Trade. 12.300, aktuell 12.299, unser Gewinnziel liegt bei 12.295. So, 1 Minute 36, wir haben die 12.300 Marke jetzt kurzzeitig verlassen. Unser Gewinnziel liegt bei 94. 94 liegt unser Gewinnziel 98, 97 gehandelt. 1 Minute 14 noch bis zum Start. Und wir sehen die letzten 30 Sekunden. Und dann schauen wir mal, ob der Korken platzt hier. Wir schnell nach unten laufen oder der Markt sofort dreht. 28 Sekunden. Der Countdown läuft. Jetzt wieder bei der 12.300er Marke. Und los geht's. Eine Sekunde und ab dafür und draußen. Danke, tschüss, auf Wiedersehen. Tragt den Trade kurz mal ein. So, das war die C-Box. Wir haben ja oben auf der Kante hier oben unser Niveau platziert. Wir sind raus aus dem Trade. Wünsche euch allen ein erfolgreiches Trading noch. Ja, und wir hören uns morgen dann wieder. Hier geht's. Ja, hier geht's. Ja, hier geht's. Vielen Dank.